Der harte Wettkampf mit der Dimitri Harmonierunde, mit dem Kür-Vortrag und mit der Körperbewertung, später dazu noch ein wenig mehr. Und am Abend bei der Gala dann noch einmal der Kür-Vortrag. Etwa 90 Sekunden hat jeder Athlet Zeit sich zu präsentieren, sich und natürlich seine Muskulatur. Wir sehen aus Großbritannien einen der Top-Favoriten, William Howard. Er hat sich Jahr für Jahr verbessert, eine enorme Weite im Schulter- und Brustbereich. Der Bizeps extrem hoch, der Trizeps stark definiert. Insgesamt eine super definierte Armmuskulatur. William Howard verabschiedet sich von seinem Publikum. Der Mr. Juni.